Hallo, ich bin Rosanna und in unserem Film spiele ich Marie. In Beuth geht es um ein Mädchen, deren Vater Alkoholprobleme hat und auch mit den Rechnungen nicht ganz hinterherkommt. Meistens verprügelt er dann seine Tochter auch. Mein Name ist Nadine Knobloch, wir sind hier am Set von Volt. Wir haben Drehtag 2 und heute sind wir in einem Kellerraum und drehen alle Kellerszenen ab, die es in dem Film zu sehen gibt. Hallo, ich heiße Anna. Ich mache am Set von Volt die Maske. Das heißt, ich gucke, dass die in der Kamera nicht glänzen, pudere sie dann so ein bisschen ab und gucke halt auch, dass zum Beispiel die Maske und so geschmied wurde. Ich bin Erik Rastetter, ich spiele hier den Bösen im Film, nämlich den Vater von Marie, der sie ziemlich übel behandelt. Der Mann hat ein Alkoholproblem, die Frau ist gestorben und jetzt lässt er allen seinen Frust und seine negative Energie in seiner Tochter aus. Musik 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 Hallo, ich bin die Isabel und ich spiele im Film Void die beste Freundin von Marie, nämlich Lisa. Die letzten Drehtage hier mit den anderen Leuten hatten uns sehr gut gefallen. Das war eine vollkommen neue Erfahrung und wie es so ist, überhaupt am Set so mal zu arbeiten, das hat uns sehr gut gefallen. Bis zum nächsten Mal.